Mein Name ist Brach Clemens, ich bin Bob Pilot und mein Ziel ist Olympia 2018. Auf dieser Seite sehen wir den Zweierschlitten, das Stellenohr und hier sehen wir den Vierschlitten, der Voldemort. Und zusammen wollen wir Grosses leisten. Mein Team besteht aus sieben Anschiebern, einem Mechaniker und einem Pilot. Damit wir erfolgreich sind, zählen drei Faktoren. Erstens die athletische Fähigkeit von jedem Athlet. Zweitens das fahrerische Können des Piloten. Und drittens das Material. Und das Material ist sehr kostspielig. Und dafür, dass wir das finanzieren können, brauchen wir diese Unterstützung. Wir kennen Clemens mittlerweile seit fast drei Jahren. Wir sind Rennenspartner. Das ist so eine Rennkaufe. Massgebend bei den Kaufen ist hauptsächlich der Sprung und der Radius. Jede Kaufe ist rund und das ist der Radius. Der Sprung hingegen ist eigentlich die Auflagenfläche der Kaufe selber. Überspitzt gesagt ist das wie ein Bogen. Und jede Kaufe hat einen anderen Sprung und einen anderen Radius. Und dementsprechend verhält sich die Kaufe auch ganz anders auf diesen verschiedenen Bahnen. Momentan wissen wir, wie das Bahnprofil 2018 in Byeongchang aussehen wird. Aber wir wissen noch nicht genau wie, dass schlussendlich die Kaufe aussehen müssen, was sie schnell sind. Ihr müsst unbedingt mitmachen bei dem Projekt. Wenn ihr hier mitmacht, werdet ihr viel Spass haben und sicher auch ein bisschen Bobsport reinsehen. Damit wir erfolgreich sein können. Bei jedem Wetter und bei jeder Bahn brauchen wir ein breites Palmarès von unseren Kaufen. Wir sind bereit. Der Kaufenplan ist klar. Das Fächli ist leer. Und jetzt geht es nur noch um die Finanzierung. Im Namen des ganzen Bob-Team Bracher danken ich herzlich für eure Unterstützung. Und ich hoffe, den einen oder anderen schon gleich an der Bobbahn zu sehen. mit dem Bühnen. Bei zwei, drei, 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 drei. Alles Gute, mit dem Bühnen. Maschern. Es geht in die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.